Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für gebackene Reisknödel auf Gemüse. Gebackene Reisknödel auf Gemüse ist ein sehr kostengünstiges Essen, das klein und groß schmeckt. Schnell zubereitet auch für gestresste Mütter unter der Woche einfach vorzubereiten. Für Vorspeise 8, Hauptspeise 4 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Reisbällchen 300 Gramm Parboiled oder Langkornreis 5 Esslöffel Butter, ersatzweise gute Margarine 3-2-4 Kalbsfond oder Kalbsbrühe, ersatzweise Rinderfond, Rinderbrühe oder Wasser und 1 Brühwürfel 100 Gramm Weizengrieß 100 Gramm frischen Schnittlauch Majoran, je nach Geschmack 150 Gramm frisch geriebenen Pecorino oder oder Grana Padano Parmesan aber auch Emmentaler, Bergkäse, Graiazza oder einem anderen Hartkäse Gemüsebett Gehackte Knoblauchzehe 300 Gramm frische, junge Karotten 200 Gramm frische, junge Zuckerschoten 300 Gramm Zuckermais aus der Dose 300 Gramm Lauch Panade Weizenmehl Type 405 Semmelbrösel Pflanzenöl zum Ausbacken Weitere Zutaten Wasser, Salz aus der Mühle, frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer, Schnittlauch Folgende Utensilien werden benötigt Küchenwaage, Messer, Schneidebrett, Topf, Dosenöffner, Sieb, zwei Pfannen, Pfannenwänder, Schüssel, Fritteuse oder großer Topf, Schaumlöffel, Küchenpapier Zubereitung Gemüsebett Circa einen Liter Wasser zum Kochen bringen und mit reichlich Salz zu Salzwasser werden lassen In der Zwischenzeit die Karotten putzen und in kleine Würfel schneiden Die Zuckerschoten halbieren Den Lauch waschen und der Länge nach halbieren Lange Stücke eventuell halbieren Im Salzwasser kurz blanchieren Die Maisdose öffnen und gut abtropfen lassen Die Knoblauchzehe pellen und fein hacken Die Butter in einer Pfanne erhitzen Die Karotten sowie Zuckerschoten zugeben und kurz anbraten Mit einer Prise Zucker weiter braten lasen Den Knoblauch zugeben und kurz mitrösten lassen Zum Schluss den Lauch sowie die Maiskörner zugeben und noch kurz weiter rösten lassen Mit Salz sowie Pfeffer abschmecken Reisbällchen Die Butter in der Pfanne erhitzen und den Reis darin kurz anschwitzen Mit dem Fond ablöschen und bei geringer Hitze unter gelegentlichen Umrühren dicklich einkochen lassen Den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden, den Majoran hacken Den Reis vom Kochfeld nehmen und mit Grieß, dem blanchierten Gemüse, dem Schnittlauch sowie dem geriebenen Käse vermengen Die Masse mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken Den Reis abkühlen lassen In der Zwischenzeit das Ei verquirlen und mit etwas Salz sowie Pfeffer abschmecken Öl in der Fritteuse stark erhitzen Aus dem Teig kleine Bällchen formen In Mehl, dann im Ei sowie letztendlich in Semmelbrösel wälzen Die Reisbällchen im heißen Öl schwimmend goldgelb ausbacken Aus dem Öl nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen Das Gemüse auf Tellern verteilen und die Bällchen darauf drapieren Mit frischem Schnittlauch bestreut servieren Als Beilagen eignen sich Blattsalate, Sojasprossensalat, chinesisch zubereiteter Chinakohl oder andere Salate Sojasauce, Knoblauch, Schnittlauch oder andere Soßen Diverse Sambles Besonders lecker als Beilage zu